Das Tolle an der AWM ist die Vielfalt. Menschen aus aller Welt, Menschen aus allen möglichen Kulturen, in allen möglichen Arbeitsbereichen und Arbeitszweigen kommen hier zusammen, um gemeinsam Theologie und Kultur zu studieren. Und diese Vielfalt ist ein absolutes Highlight beim Studieren an der AWM. Ich mag es hier in den Kursen, meinen theologischen Horizont zu erweitern und von Dozenten aus der Praxis zu erfahren und merke, dass jeder Kurs mich auch für meine eigene Praxis weiterbringt. Für mich ist es jedes Mal wieder eine gute Zeit, wenn ich hierher kommen kann, meinen Arbeitsalltag ein bisschen unterbrechen. Nicht immer muss es geben, sondern noch wieder einmal aufnehmen und aufgefrischt werden für meinen Dienst, den ich seit Jahren in der Gemeinde. Ich finde es cool, dass man sich sehr individuell viele Sachen zusammenstellen kann und nicht alles vorgegeben ist, sodass ich viele Interessen, die ich habe, auch weiterverfolgen kann. Ja, an der AWM gefällt mir, dass man auch als Quereinsteiger studieren kann und somit ich die Kompetenzen lernen kann, die ich in der Mission brauche. Für Visionäre, Gemeindeleiter, Missionare natürlich, Menschen, die einfach Interesse haben an Theologie und am Austausch mit anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.